Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge TechItLight mit dem ZUZUHD. Hallo. Hallo, hast du es jetzt gecheckt? Ja, bei dieser Methode kommt ja niemand raus. Hä, warum denn nicht? Keine Ahnung, was soll ich jetzt eigentlich gehen? Ich meine, es ist ja dort im Berg, oder? Ja, genau, das ist eine Aktivität. Eigentlich müssen alle vier... Warte mal. Ja, brauchst du noch trotzdem die vier... Alter, hier ist eine Spinne. Hier ist eine Spinne! Junge, die Spinne packt den Boden rum. Ähm, ist... Soll ich die... Nein, nichts erkennen. Nichts? Okay. Okay. Gut. Alter, ich habe jetzt einen Endertank voller Lava in meinem Himmel. Ja, Leute, entschuldigt, dass letzte Folge mein TechIt abgestürzt ist. Ich wollte nur schauen, ob ich noch Speicherplatz habe für die Folgen und ich habe es nicht wirklich gesehen. Äh, ja. Warte. Es geht nicht. Ah, doch. Warte, es setzt Query mal so hin. Ja, aber das ist ja der blaue Strich hier. Wow. Wow. Töte sie! Warum hast du den Eisen? Ja, es setzt ihr einfach so hier hin. Ja. Ist der Tank? Ja, aber es ist nur ein kleines Feld. Was? Ja, von hier. Ah, von hier. Ah, von hier. Ich sehe. Ich sehe gar nichts. Okay, bei mir. Ich höre die Mund. Nee. Verlaubt. Doch, weil er hat ein Schaf getötet. Schaffst du's? Warte, ich baue die noch mal ab. Oh, ich muss das in der Hand noch mal sitzen. Das ist kacke. Alter. Wir brauchen hier irgendwie vier Folgen. Nur, dass wir diese scheiß Query hinbekommen. Äh, die Chess hast du schon hingestellt? Ja. Gut. Das ist ja schon mal etwas. Aber weißt du, was kacke ist? Am Anfang, wenn da dieser fliegende Dingsbums da abbaut, dann gibt es keine Blöcke. Oh. Das hätten alles gelöscht. Also. Warte mal, ich probiere es jetzt mal anders. So. So. Hier. Ja, und jetzt. Bis so hier durch. Aha. Viel Spaß beim Such. Warte, ey, wieso hat das hier entkommen? Hm. Hat's dort ein Gang? Ja, hier. Was? Vielleicht hat's doch geklappt. Warte mal. Oh. Warte mal. Oh, nö. Ja, was? Nö. Was? Es hätte funktioniert. Ah, der hat zuerst hier abgebaut, dass er seine Scheiß... Der hat zwischen Rom gebaut. Ja. Oh, sind wir dumm. Kacke. Äh, hast du die Träte auch schon gesetzt? Nein. Dann setze sie bitte. Jawohl. Ja, dorthin. Ja, dort hast du sie. Also dort ganz hinten. Alter. Alter. Oh, Gott. Äh, und dann drückt die dorthin an und dann die in der Ecke. Vielleicht funktioniert es ja dann. Nein, du musst eben die in der Mitte glauben. Ja, eben die in... Also die in der Ecke dort eigentlich. Ja, die... Zombie. Das ist so schwierig, Junge. Wieso hat das die... Ja, wieso hat das was? Ähm... Ja, aber wieso hat das nur ein kleines Feld gegeben das letzte Mal? Keine Ahnung. Und ich hab gar nichts gesehen. Ich hab nicht mal diesen komischen gestreiften Rahmen gesehen. Ja, äh, kann ich platzieren? Ja, der wird schon. So würd ich, aber praktisch nicht. So. Hä? Schon wieder nicht? Ja, so ein kleines Feld. Junge. Warte, ich war sie nochmal ab. Äh, wo ist sie? Ja. Ja. Hier hast du ein Landmark da? Ja, aber... Wie hast du es jetzt mal... Ey, Junge, du hast die dorthin nicht angetippt. Alter. Alter. Die dort ganz hinten, die dort, die hast du... Die musst du ja auch nicht. Doch, die musst du. Ja, aber wenn du die in der Mitte, dann hat es einen roten Schreffen auf Pass. Ego. Geh halt nochmals. Junge, das ist ja schlimm. Das ist ja echt schlimm. Alter, alter, alter. Ja. So, hier. Sag er, wir sind einen direkten Durchgang machen können. Ja, ne. So. Denn Zombie töten hier in der Ankleidung. Satt. Zombie töten hier in der Ankleidung. Satt. Ja, okay. Stirb. Ja. Okay, okay. so eine linie steht eine steht gute und die zweite kommt aufzustehen soll ich jetzt bei mir antippen ja jetzt sollte es eigentlich funktionieren sie hat wieder nur 25 junks das ist auch versuchst du nochmals die liegen durch ja eigentlich dort was sie vorher waren ja du auch wieso funktioniert sie das ist richtig scheiße wir haben wir auch Hunger in manche überkissen und also hast du in real life Hunger oder ein ja beides beides ja muss man es essen so schrecklich so die eine ist aktiviert die andere muss ich auch hast du schon gedrückt nein macht nicht war schon spät oh Junge und drückt kurz mal drauf weil es hat ja schon nützt genau nix warte ich könnte so die hier abbauen er war sie ab ja hat ihn gesetzt Frankfurt ja jetzt hat es verbunden ja mit allen ja jetzt mal schauen Vorsicht aus dem Weg also bis zum Boden 25 Chunks ist es wieder nur das kleine feld er geht es vielleicht schnell auf YouTube schauen also wenn es hier nicht verwecken werde wird was braucht er ein hierher solltest du sterben johann zum Wissen zu Prozent wo ich mein Heimer was ist älter Joopi um also nicht es hat immer nur 5 und 20 songs geladen um so und jetzt 64 ich mach es mal mit vierfachen hier hier direkt unter mir hier Junge auf welcher Höhe ist die query hier ich glaube ich habe es gefunden was denn schacht weißt du jetzt auch schon wie es geht nein der klärt noch die crafting rezepte so richtig unmittelbar hast du irgend so ein Pau Flo JT wie ja doch ja das sind schon das geht ja das ist ja das ist ja logisch das nicht geht für 63 um um haben wir überhaupt überall die gleiche Höhe das Feld das ist es ist jetzt rot im viereck du musst alle vier fackeln hinsetzen du besser ja so schau mal jetzt sind alle da ist jetzt mal die query ja genau das ist wieder kleine Höhe was wie das kann aber warum ja vorhin war es ja auch rot ja aber nicht rundherum ja muss es ja auch nicht doch es muss rundherum doch gleich das Video Herr Schatten weiß er nicht ob es das bringt aber ja ich gucke jetzt noch mal ich baue diese scheiß Fackel hier noch mal ab so es ist jetzt rundherum rot Alter jetzt haben wir dann schon wieder eine Folge verschwendet eigentlich nur um diese scheiß um diesen scheiß Steinbruch hinzustellen äh Junge du musst dich nicht mehr einbauen es ist es ist äh die Sonne ist aufgegangen Alter was ist denn hier hin Alter was ist denn hier hin hast du ne Rex Don't Fucky bei dir? Ja komm sein Ja kannst du mir die bitte geben ok warte mal ich glaub das ist jetzt unser Fehler was ist unser Fehler warte 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 oh gut ja was äh hier ich nehme sie nicht da oh jetzt so vielleicht hier noch packe hin so jetzt mal schauen es ist das große nein immer noch bis sich das kleine vielleicht ist es einfach nur gesetzt was wo hast du dich vorkommen in alle vier Ecken oh ja mal aus dem Weg danke probiert sich also so ganz kleine Welt nee nee probiert es jetzt mal da der fleißige Helfer irgendwo dran also ich sehe nicht auch nicht das wahrscheinlich unter der Erde nein doch dann müsst ihr eigentlich nein das kann ich sagen im Fall müsst ihr ja den Harmen bauen ja aber die Fackeln sind zerploppt also alle das heißt er hat es eigentlich vielleicht ist das mit dem vier Feld großen Dings einfach nur ein Bug ja könnte auch sagen das ist nicht angezeigt wird die ganze Zeit schau wie Geräusche das ist schön nein so jetzt noch die letzte Torch aufsammeln da hier wo da bist du ja komm ob ich zu hier hier hinten ist er ey das ist Kupfer komm hier hinten ist er ja ich komme ja tatsächlich ich geh mal schauen ob wir schon dann das geht nicht alles was am Anfang abbaut das Punkt der nicht rein nicht nee das geht dann eigentlich verloren aber hier die ganzen Bäume die stehen dann einfach in der Luft ich werde die noch schnell Bau das Kupfer ab wenn es geht gut wo ist das Kupfer nochmals gut gut wo ist das Kupfer nochmals ja verdammt ja ich hab gerade den Bau abgebaut und Kohle nichts nee die kannst du lassen es gibt sowieso genug Kohle auf der Amt alter und alles über dem baut er auch nicht ab das ist aber du ja das ist so das ist aber wirklich du dann kannst du das einlos also so dass die Bäume fällig ist toll so dann hättest du auch das Kupfer lassen wieso ja weil er ist ja eh nicht abbaut so jetzt geht einfach mal ja es geht eigentlich ziemlich viel verloren ist egal also Leute wenn euch die Folge gefallen hat lass eine positive Bewertung hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder macht's gut bis dann ciao